In diesem Video möchte ich ein kleines Beispiel zur Leistungsfaktor Korrektur zeigen. Dazu soll es mal um eine recht einfache Schaltung gehen, die aus einer Quelle besteht. Das wäre so was wie unsere Steckdose und da ist ein Verbraucher angeschlossen, der besteht aus einem Widerstand und parallel dazu geschaltet ist noch eine Induktivität. Also die Quelle wäre eben so was wie unsere Steckdose, die hat eine Quellspannung. Die Quellspannung sollen dementsprechend mal 230 Volt sein mit einer Frequenz von 50 Hertz und unter diesem ohmsch induktiven Verbraucher mit einem Widerstand R und einer Induktivität L, für die ich mal gleich die Impedanz hinschreibe J Omega L. Da könnte man sich so was wie ein Motor darunter vorstellen. Der Motor hat eine Spule, die hat eine Induktivität und da gibt es auch irgendwie ohmsche Verluste drin. Und dann soll mal, damit das hier einfach zu rechnen ist, der Widerstand einen Wert von 230 Ohm haben und der Blindwiderstand der Induktivität, das Omega L, das soll mal nicht 230, das soll mal 180 Ohm sein. So und jetzt kann man sich schon so ein bisschen überlegen, was hier passiert. Also in diesem Widerstand wird Wirkleistung umgesetzt werden, in dieser Induktivität hier Blindleistung und das zeichne ich jetzt mal gleich in einem sogenannten Leistungsdreieck, was eben sehr schön ist, um sich das zu veranschaulichen. Und zwar eben in dem Widerstand hier gibt es die Wirkleistung. Die Wirkleistung ist so was wie der Realteil von der komplexen Leistung. Deswegen male ich die mal in diese Richtung. Das ist die Wirkleistung P. Und dann gibt es in der Induktivität hier induktive Blindleistung. Die ist so was wie der Imaginärteil der komplexen Leistung und zwar positiv. Die zeigt hier nach oben, das ist das JL. Das ist die Blindleistung, die positive Blindleistung in der Induktivität. Und beide zusammen ergeben jetzt in diesem Leistungsdreieck eben eine Scheinleistung S mit einem bestimmten Phasenwinkel oder eben einem Winkel in diesem gleichschenkligen, nicht gleichschenkligen, aber in diesem rechtwinkligen Dreieck zwischen der Blindleistung und der Wirkleistung. Und das ist auch gleichzeitig der Phasenwinkel zwischen der Gesamtspannung oder der Quellspannung und dem Gesamtstrom hier. Und der Kosinus von diesem Winkel, den nennt man Leistungsfaktor, der wäre jetzt hier eben relativ klein. Im Idealfall wäre der 1 und dieser Phasenwinkel hier wäre 0. Und genau darum soll es jetzt mal gehen, hier diesen Leistungsfaktor zu verbessern, zu korrigieren, größer zu machen. Also den Leistungsfaktor in Kosinus dieses Winkels größer und den eigentlichen Phasenwinkel kleiner. Und das kann man erreichen, indem man optional hier, und deswegen mache ich das mal gestrichelt, noch eine Kapazität, einen Kondensator parallel schaltet. Da schreibe ich auch mal die Impedanz hin, 1 durch J Omega C. Und an dieser Kapazität hier wird es jetzt auch Blindleistung geben, aber Kapazitive Blindleistung, Kapazitive Blindleistung C negativ, also zeigte hier nach unten. Das ist das QC, sodass man mit der Kapazitiven Blindleistung hier die induktive Blindleistung hier kompensieren kann, sodass sich dann eine neue Scheinleistung ergibt, die wie man sieht hier in diesem Dreieck, die ist auf jeden Fall schon mal kleiner vom Betrag her. Und dieser Winkel hier, Phi kompensiert, der ist auch kleiner, sodass der Kosinus von diesem Winkel, der Leistungsfaktor, Kosinus Phi kompensiert, der ist jetzt größer und der soll mal 0,9 sein. Also nicht perfekt 1, weil dann wäre der Winkel ja 0, sondern halt 0,9. So, und das, was jetzt gesucht ist in diesem Beispiel oder in dieser Aufgabe ist, wie groß muss dieser Kondensator, muss diese Kapazität da sein, um genau das zu erreichen. So, und um das jetzt auszurechnen, rechnen wir jetzt vielleicht erstmal diese Wirkleistung hier aus, P, die hier in diesem Widerstand umgesetzt wird. Und die Wirkleistung, und in dieser Schaltung wird nur in diesem Widerstand Wirkleistung umgesetzt. Hier gibt es ja nur induktive Blindleistung, hier gibt es nur kapazitive Blindleistung. So, die Wirkleistung, das muss man wissen, natürlich ist allgemein so P ist U mal I. Jetzt können wir halt gucken, der Strom an einem Widerstand ergibt sich aus dem ohmschen Gesetz, I ist U durch R. Dadurch, dass der Widerstand dieser Quelle hier parallel geschaltet ist, ist das natürlich die Quellspannung und hier auch die Quellspannung, so dass man das einsetzen kann. Dann steht da UQ Quadrat durch R und die Werte eingesetzt 230 Quadrat Volt Quadrat und der Widerstand sind auch 230 Ohm. Ohm kann man auch schreiben als Volt durch Ampere. Kürzlich ein Quadrat und ein Volt weg. Es bleiben Volt mal Ampere über, das sind Watt. Und die 230 können wir auch einmal kürzen, dann sind das an dieser Stelle 230 Watt. Die 230 Watt wären sozusagen die Länge dieser Wirkleistung hier in diesem Leistungsdreieck. So, auf genau die gleiche Art und Weise kann man jetzt auch die induktive Blindleistung ausrechnen, das QL, praktisch mit der gleichen Formel UQ Quadrat, weil an dieser Induktivität in der Parallelschaltung ja auch die Quellspannung anliegt und jetzt nicht geteilt durch den Widerstand R, sondern geteilt durch den Blindwiderstand dieser Induktivität, geteilt durch das Omega L. Werte einsetzen, 230 Quadrat Volt Quadrat, geteilt durch 180 Ohm. Oben sind wieder Volt durch Ampere, kürzt sich wieder ein Volt weg und dann sind das 294 und als Einheit für die Blindleistung schreibt man jetzt Volt Ampere reaktiv, einfach um an der Einheit zu kennzeichnen, dass es sich hierbei um eine Blindleistung handelt. So, jetzt können wir schauen, jetzt wissen wir eben diese Strecke, diese Länge und diese Länge hier in dem Leistungsdreieck und wir wissen den Cosinus von diesem Winkel hier. Jetzt können wir vielleicht mal, wenn wir die Cosinus von diesem Winkel wissen, auch diesen Winkel selbst ausrechnen. Also das Phi kompensiert ausrechnen, das ergibt sich dann natürlich aus dem Arcus Cosinus von den 0,9 und das kann man mit dem Taschenrechner ausrechnen, das sind ungefähr 25,8 Grad. Das ist dieser Winkel hier. So, und das heißt, also wir wissen jetzt diese Länge hier, wir wissen diese Länge hier und wir wissen diesen Winkel und was wir eigentlich natürlich mal herausfinden wollen, ist diese Länge hier oben, diese Orange, weil wenn wir die wissen, dann können wir den Kondensator ausrechnen. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Wir zeichnen uns mal noch eine Länge rein, nämlich diese hier. Das ist sowas wie das Q-Gesamt, die Blindleistung, die nach der Kompensation überbleibt. Und das Q-Gesamt, das müssen wir jetzt mal ausrechnen. Ich wechsle mal wieder auf einen etwas dünneren Stift und da hilft uns auch dieser rechte Winkel hier unten und so ein paar Dreiecksbeziehungen, weil wir kennen diesen Winkel, wir kennen das hier, wir wollen das ausrechnen. Von diesem Winkel aus gesehen ist das die Gegenkathete, das ist die Ankathete. Jetzt muss man so ein paar Winkelbeziehungen im rechtwinkligen Dreieck kennen und dann weiß man, dass der Tangens von diesem Winkel, der Tangens von dem Winkel ist so groß wie die Länge der Gegenkathete. Das ist diese gesamte Windleistung nach der Kompensation durch die Länge der Ankathete. Das ist die Wirkleistung. Und das können wir jetzt eben umstellen und können sagen, die gesamte Blindleistung nach der Kompensation ist so groß wie der Tangens von dem Phi kompensiert mal die Wirkleistung. Der Tangens von dem Phi kompensiert, von diesem Winkel kann man mit dem Taschenrechner ausrechnen, sind 0,484 und die Wirkleistung steht hier, das sind 230 Watt. Und dann kommen da 111, ja im Prinzip wieder Watt raus. Ich schreibe jetzt mal nicht Watt hin, weil wir eine Wirkleistung, eine Blindleistung ausgerechnet haben aus der Wirkleistung. Ich schreibe jetzt mal dafür 111 Volt Ampere reaktiv hin. So, und jetzt können wir einfach damit diese kapazitive Blindleistung ausrechnen, weil das Qc ergibt sich ja jetzt aus dem Ql aus der gesamten Strecke minus diese Strecke da unten. Minus das Qgesamt. Und ich schreibe mal den Betrag hin, weil eigentlich ist ja diese kapazitive Blindleistung nachher negativ. Bei uns interessiert es eigentlich nur die Länge dieser Strecke hier. Also diese Werte eingesetzt, 294 Volt Ampere reaktiv minus 111 Volt Ampere reaktiv, ergeben dann zusammen 183 Volt Ampere reaktiv. Das ist die Blindleistung, die von diesem Kondensator hier erzeugt werden muss, negativ. So, und also damit wissen wir die Länge dieser Strecke hier oben in dem Dreieck. Jetzt müssen wir noch irgendwie hier die Größe von dem Kondensator rausbekommen und das kriegen wir auch hin, indem wir so eine ähnliche Form benutzen wie diese hier oder wie diese hier und schreiben, dass Qc oder eben wieder der Betrag von dem Qc ergibt sich genauso aus Uq² durch und hier stand ja der Widerstand, der Wirkwiderstand des Widerstandes, hier stand der Blindwiderstand der Induktivität, jetzt schreiben wir hier einfach den Blindwiderstand der Kapazität hin und der Blindwiderstand der Kapazität ist 1 durch Omega C. So, jetzt kann man diesen Doppelbruch natürlich auflösen, das was im Nenner steht in den Zähler holen, dann steht da Uq² mal Omega C und das jetzt eben nach C umstellen, dann steht da C ist gleich der Betrag von Qc geteilt durch Uq² mal Omega und das Omega können wir aus der Frequenz hier oben ausrechnen, die Frequenz ist ja die normale Frequenz 50 Hertz, das Omega ist die sogenannte Kreisfrequenz und die ergibt sich aus 2 mal Pi mal F, 2 mal F sind 100, 2 mal 50 sind 100, mal Pi sind 314 und dann schreibt man für das Omega als Einheit 1 durch Sekunde hin und das heißt, das können wir jetzt hier mal weiter hinschreiben, C wäre dann also die 183 Volt Ampere reaktiv geteilt durch 230 Quadrat Volt Quadrat und mal 314 1 durch Sekunde. So, die 1 durch Sekunde schreibe ich gleich mal über den Bruchstrich, anstatt Volt Ampere reaktiv schreibe ich mal Volt Ampere und dann kürze ich noch einmal hier ein Quadrat und ein Volt weg und dann können wir schauen, was überbleibt. Es bleibt über von den Einheiten Ampere Sekunde durch Volt, das sind Farad und jetzt kann man noch die Zahlenwerte einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen und dann sind das 11 Mikrofarad, die hier rauskommen und das ist genau die Größe dieses Kondensators, die man diesem ohmsch induktiven Verbraucher hier parallel schalten muss, um den Leistungsfaktor der Gesamtschaltung auf diese 0,9 zu verbessern. Und auf diese Art und Weise, so im Großen und Ganzen, kann man auch für andere Schaltungen so Leistungsfaktorkorrektur ausrechnen, indem man einfach guckt, wo ist in der Schaltung Wirkleistung und die ausrechnet, wo ist in der Schaltung Blindleistung, die ausrechnet, sich dann eben dieses Leistungsdreieck hier überlegt und sich überlegt, was muss, ups, welche Schaltung muss wie irgendwo kompensiert werden. Jetzt ist auf einmal das Leistungsdreieck weg, aber wir können uns das alle noch vorstellen und dann in diesem Leistungsdreieck sich so ein bisschen überlegt, zum Beispiel so wie hier, wo gibt es dann Winkelbeziehungen in dem rechtwinkligen Dreieck, wo einem halt der Tangens, der Sinus, der Kosinus oder eben Arcus Sinus, Arcus Tangens, Arcus Kosinus weiterhilft.